Hallo und wie schön, dass Sie sich eine neue Videos über Blumenwinden ansehen. Ich werde diese Videos so gut wie möglich übersetzen. Ich bin Kalein Zuckers und ich bringe dir alles über Blumenwinde bei. Heute werden wir an diesem besonderen Blumenarrangement arbeiten. Weihnachten ist vorbei und wir können mit frissen Blumen arbeiten. Wenn es Ihnen gefällt, geben Sie bitte einen Daumen nach oben und dann gehen wir an die Arbeit. Möchten Sie dieses Paket bestellen? Unter in der Beschreibung finden Sie einen Link, über den Sie das komplette Paket bestellen können. Oder gehen Sie auf www.unlineblumis.nl Wir liefern in den Niederlanden nach Belgien und Deutschland. Und dann werden wir beginnen. Heute werden wir mit diesen Birkenstämmen arbeiten. Wir werden ein Blumenarrangement auf Ihnen anfertigen. Die Halterungen können aufgeklebt werden. Und dann nehme ich den Blumenschaum und wir machen uns an die Arbeit. Wir haben den Blumenschaum auf das Birkenholz gelegt. Später wird das andere Birkenholz wieder aufgelegt. Zuerst machen wir den Blumenschaum ein wenig kleiner. Wir werden die Seiten des Blumenschaum mit verschiedenen Blumen vüllen. Wir stücken die Blumen compact in den Blumenschaum. Wie Sie sehen können, ist der Blumenschaum nun gut gefüllt. Dann befestigen wir die andere Birken auf der Oberseite. Es ist schon sehr schön, aber wir werden es mit natürlichen Materialien vollenden. Diesen kleben wir an die Seite. Dann wickeln Sie es locker darum und kleben Sie das Ende ebenfalls fest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir noch ein ganz besonderes Blumenarrangement. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wir schicken dieses Paket auch nach Deutschland. Sie können unter www.ürenleinblumens.nl bestellen. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Und dann würde ich Sie gerne bei einem nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.